Wow. Ah, muss man da eigentlich hoch? Nee, dann respawn ich mal kurz. Ich mein, wir haben jetzt eh genug Zeit. Ja, komm, ich war oben rum. Wir sind eh Erster. LOL. Wie ich das einfach komplett vercheckt habe und aus rumgefahren bin. What the fuck? Ja, moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online. Wir sind hier in einem GTA 5 Supercross-Rennen, keine Ahnung was ist. Auf jeden Fall wahrscheinlich ein Motorradrennen, wie es aussah, ich habe eine getunete Party genommen. Ich mein, wenn man jetzt schon die Möglichkeit hat, warum nicht? Ja, wir sind hier zu fährt, ich hab mal wieder keine Ahnung was ist, aber Rennen ist Rennen. Und ja, ich gebe mein Bestes. Ja, komm, 500. Hoffentlich wettet er noch. Oh ja, 3000, passt. Okay, auf geht's. In eines, geht's los und bam. Okay. Dieser fresher Helm. Ich muss da echt immer wieder lachen. LOL. Wir sind zu fünft. 2, 1, ich war kacken, Superstart, ey, wie immer. Wir kennen's nicht anders. So. Achso, diesen Cross-Rennen. Jetzt check ich erst, was die damit meinen. Oh, ich glaube, ich hab's falsch, Bike. Jo, egal. Bums, bums. Erstmal ein bisschen Windschatten. Achso, und ich glaube, weil ich auch letzter bin, hab' ich einen kleinen Geschwindigkeitsboost. Wenn ich mich jetzt nicht irgendwie täusche. Neu. Ja, gut. Aber was ich bei dem Rennen ziemlich cool finde, es sind alle immer noch ziemlich beieinander. Oh, alter. Alter, scheiße. Ich soll vielleicht auf und zu mal auf die Map gucken. Oh Gott, bin ich dumm. Ey, ja, respawn mal bitte. Ach du scheiße. Okay, auf geht's. Komm schon. Jawoll. So macht man das. Okay, da war irgendwie Gebüschzeug. Loll. Hä? Oh Gott, aber das ist schon irgendwie ziemlich cool das Rennen, finde ich. So. Oh. Ja, okay, passt. Und, gib Gummi. Ja, auf jeden Fall hab' ich mir gedacht, komm, ich hab' mal wieder Bock auf den Rund-GTA. Oh, irgendwie hatte ich mehr Bock auf, GTA ist auf LOL. Oh. Ah, jetzt mal wieder hier, okay. Und, ja, deswegen hab' ich gedacht, komm. Ich geh jetzt einfach mal wieder in Runde. Und Bikeren mag ich sowieso. Oha! Alter! Alter Verwalter. Was ist sterl los? Und, ja, daher kommt's jetzt, dass heute doch mal GTA wiederkommt. Da hat euch ja auch, so wie ich das jetzt rausgenommen hab, ziemlich gut gefallen. und hat, zumindest waren die Aufrufe und Likes und alles eigentlich verhältnismäßig ziemlich gut. Bam! Jawohl, Punkt gekriegt. Äh, ja, wohin? Aber das Rennen macht irgendwie richtig Bock, sag' ich euch ganz ehrlich. Und vor allem, wir haben jetzt ja... Was, wir sind Erster? What the fuck? What the holy shit? Eigentlich fahren wir aber sau-schlecht und dafür Erster... Ja gut, warum nicht? Hä? Die sind ja alle voll weit hinten. Wow. So. Ja, demnächst hab ich mir aber wirklich mal überlegt, eine Custom-Map zu machen. Eigentlich hatte ich schon eine rausgesucht, aber... Ja, ich hatte... Im Moment ist jetzt halt niemand von meinen Kumpels online, der jetzt mitzocken wird. Und von daher... ...lieber mal so schnell eine Runde. Danach müssen wir mal schauen, je nachdem, wie lang die Runde wird, kommt vielleicht mal wieder ein Deathmatch. Komm' ich jetzt erstmal hier schnell. Die Runde versuche jetzt einfach halt richtig schnell fertig zu kriegen. Was? Drei Runden? Will der mich verarschen? Hä, Sekunde mal. Waren wir überhaupt in die zweiten Runde? Hä? Also dann hab ich's komplett vercheckt. Ja, egal. So, jetzt fast gilt, kommt. Ja, läuft. Der schallt einfach nur den zweiten Gang oder wo immer da rein schaltet wollte. Läuft. So. Hä? Aber hier bin ich doch nur einmal gefahren, oder? Ich kann nicht auf jeden Fall nicht rein, oh! Ah, ja, ja, jetzt kommt wieder die geile Rampel. Ja, nee, aber ganz ehrlich, Leute, ich find's dann mega cool. Oh, lol. Oh, lol. Ich bin jetzt echt am Container hängen geblieben. Verarsche. Ah, nee, ja, gut. Dann hab ich auch mal in letzter Zeit noch guckt wegen Self-Radio, aber irgendwie funktioniert das nicht, das heißt, im Moment gibt's noch keine eigene Musik. Also was ist eigene? Halt. Ja, ihr wisst, was ich mein. Ach so, halt. Kann ich nicht hier... Ja. Wow. Ah, muss man da eigentlich hoch? Nee, da nur die Spons mal kurz. Ich mein, wer mit eh genug Zeit? Ja, komm, ich war oben rum. Nee, erster... LOL. Wie ich das einfach komplett vercheckt habe, ich bin aus Rumgefahren. Mit, what the fuck? So. Äh, ja, hallo? Nee, ich will Musik. Ich will, ja, einigermaßen... Normale Musik. Ja, okay, lassen wir's. Ich hab jetzt eh keinen Bock, durch jeden Radiosender durchzugehen. Von daher passt es jetzt erstmal so. Ja, dann machen wir jetzt einfach schnell das Rennen fertig. Ich mein, die Runde ging jetzt eh noch nicht lang und dann würde ich einfach sagen, wenn wir damit fertig sind... Häng ich noch ein kleines... Der, 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 der... So. Wo bleibt eigentlich das Ziel? Wow. Lel. Lörscher Tappens. Alter, ich bin echt so dumm. Hey, jetzt war ich da einfach so irgendwo dazwischen. What the fuck? So. Na, jetzt muss fast. Ja, unter anderem hab ich mir auch noch überlegt, irgendwann mal DieCraft, wenn da wieder die CityBild kommt. Also ja, ich rede jetzt über Minecraft. Ja, habt richtig gehört. Dass ich da vielleicht mal wieder noch ein paar Videos mach. Und dann müssen wir es mal sehen. Was? Ich bin jetzt erst in der treten Runde. Okay, Leute, dann kommt hier jetzt eine kleine... Eine kleine Timelapse rein. Und wir sehen uns, wenn ich dann hier durch bin. Bis gleich. Und wir sehen uns, wenn wir jetzt mal wiederholen. Und wir sehen uns, wenn wir jetzt mal wiederholen. Und wir sehen uns, wenn wir jetzt mal wiederholen. Und wir sehen uns, wenn wir jetzt mal wiederholen. Und wir sehen uns, wenn wir jetzt mal wiederholen. Und wir sehen uns, wenn wir jetzt mal wiederholen. Und wir sehen uns, wenn wir jetzt mal wiederholen. Und wir sehen uns, wenn wir jetzt mal wiederholen. Und wir sehen uns, wenn wir jetzt mal wiederholen. Und wir sehen uns, wenn wir jetzt mal wiederholen. Und wir sehen uns, wenn wir jetzt mal wiederholen. Und wir sehen uns, wenn wir jetzt mal wiederholen. Und wir sehen uns, wenn wir jetzt mal wiederholen. und und ich würde ich würde sagen das war's dann mit der folge ich meine wir haben jetzt lang genug zockt und ja dann sind wir uns bei dem nächsten folgen irgendwas dank fürs zuschauen tschau